Er ist knuddelig, freundlich und marzipanversessen. Schneemann Snowy ist wieder da. Gemeinsam mit seinen Freunden rettet Snowy das Weihnachtsfest. Und das seit über 20 Jahren im Friedrich-Wolf-Theater in Eisenhüttenstadt. Die besten Freunde sind für mich, die Kinder dieser Welt. Sie glücklich machen ist für mich das Einzige, was zählt. Snowys Abenteuer gibt es jetzt als DVD mit allen Liedern, Highlights der Shows und einem Blick hinter die Kulissen. Das wunderbare Geschenk zu Weihnachten, Geburtstagen oder einfach für zwischendurch. Erhältlich bei den Snowy-Shows im Friedrich-Wolf-Theater und auf schneemann-snowy.de. Folgt Snowy auch auf Facebook, Instagram und im Web. Auf mein Wort ist stets Verlass, mir erlebt man Riesenspaß. Ein Schneemann, der kann niemals böse sein. Übrigens, auf der Snowy-DVD gibt es auch Infos zur Förderung von Nachwuchsmusikern und Unterstützung der Krebsforschung durch die Axel-Titzki-Stiftung. Hier kommt der, hier kommt der, hier kommt der Snowy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017